Und so, hallo an alle und herzlich willkommen, ganz kurz zu mir. Ich bin der Jonas, studiere Informatiker der TU Darmstadt und bin dieses Semester-Tutor für den Kurs FOP. Ich möchte mit euch heute gerne die allererste Übung bearbeiten. Die allererste Übung besteht aus zwei Vorübungen und einer Hausübung. Ich werde an dieser Stelle jetzt auch die Zeitmarken für die verschiedenen Abschnitte einblenden, damit ihr euch die verschiedenen Abschnitte je nach Bedarf angucken könnt. Was wir heute allgemein machen, ist, dass wir uns allgemein den Umgang mit Eclipse etwas angucken, dass wir grundlegende Konstrukte in Java wiederholen bzw. erklären. Und ganz am Ende gehe ich auf die Abgabekonvention für diesen Kurs hier ein. Ich bitte auch die Leute, die jetzt schon etwas mehr Erfahrung mit dem Programmieren haben, sich bitte trotzdem am Ende die Abgabekonvention anzugucken, weil wegen einer fehlerhaften Abgabepunkte zu verlieren ist wirklich sehr ärgerlich. Also, kommen wir zur ersten Übung. Ganz am Anfang möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Projekt in Eclipse importiert, wie ihr Programme startet, etc. Außerdem möchte ich euch gerne in die Umgebung, in der wir am Anfang dieses Semesters arbeiten, näher bringen. Diese nennt sich Vobod. Also allgemein, wie der Programmablauf in Java funktioniert und wie man mit Methoden umgeht und mit Konstruktoren umgeht, das werdet ihr in der ersten Vorübung lernen. In der zweiten Vorübung gucken wir uns dann etwas fortgeschritten eure Konstrukte an, also die If-Anweisung oder die While-Schleife. Und wir probieren, das Ganze auch etwas zu visualisieren. Ganz am Ende machen wir dann die erste Hausübung. In der ersten Hausübung werden wir so ein bisschen die bisher gelernten Sachen kombinieren und anwenden. Ganz am Ende werden wir dann auch die bearbeitete Hausübung exportieren und Abgabe fertig machen. So, wir betrachten als allererstes die Aufgabe. Die Aufgabe heißt in dem Fall, erste Schritte mit Vobod. Wir werden hier gebeten, eine Klasse zu öffnen. Das machen wir dann auch später zusammen. Wir gucken uns jetzt ein bisschen die Instruktionen an. In der ersten Instruktion sollen wir zum Beispiel einen Roboter namens Alice erstellen, der auf der Position 4.4 steht und nach rechts blickt und am Anfang drei Coins hat. In den weiteren Instruktionen müssen wir dann gewisse Aktionen mit dem Roboter durchführen. Wir betrachten nun zuerst die Umgebung Vobod. Wie wir hier sehen, haben wir hier in eine Welt gegeben. Die ist in diesem Fall 10 mal 10 Felder groß. Wir sehen hier nach rechts wachsend die Spalten und nach oben wachsend die Zeilen. So, wie in der Informatik üblich, beginnen Zahlen allerdings nicht bei der 1, sondern bei der 0. Das heißt, unser Ursprung ist hier die 0 und hier die 0. Das heißt, dieses Feld hier ist unser Ursprung. Zahlen wachsen dann an. Das heißt, wir haben hier die 1, die 2, die 3 bis zur 9. Wir haben dann hier auch die 1, die 2 und die 3 und hier auch bis zur 9 anwachsend. So, die grundlegenden Elemente am Anfang in Vobod sind zum einen Roboter und Münzen, also Coins. Wir erstellen jetzt erstmal beispielsweise einen Roboter. Ich schreibe euch jetzt die Anweisung hin und erkläre euch dann, was die macht. So, wir nennen den Roboter MyRobot. Also hier seht ihr den Namen des Roboters. Jetzt kommt die Anweisung zur Erstellung des Roboters. Unter den Klammern werden jetzt die Eigenschaften des Roboters am Anfang festgelegt. Das heißt, der erste Wert ist die Spalte, in der der Roboter am Anfang steht. Der zweite Wert ist die Zeile. Der dritte Wert ist die Richtung, in die der Roboter am Anfang blickt. Also Roboter haben auch eine Blickrichtung. Dann nehmen wir jetzt mal ab, also nach oben. Und die Anzahl der Münzen, die der Roboter am Anfang hat. Die ist jetzt in unserem Fall 0. Wenn ihr euch jetzt hier Gedanken macht, wegen dem allgemeinen Aufbau des Befehls, zum Beispiel was das hier vorne heißt und was das hier hinten macht, macht euch im Moment jetzt erstmal nicht allzu viele Sorgen. Das wird dann im späteren Teil des Kurses auf jeden Fall noch behandelt. So, wir gucken uns jetzt an, wie unser soeben erstellter Roboter sich in der Welt platzieren würde. Das heißt, wir haben hier wie bereits gesagt die Spalte. Wir haben hier die Zeile und hier die Blickrichtung. Das heißt, wir gucken jetzt als allererstes die Spalte an. Das heißt, wir sind hier in der dritten Spalte und hier in der ersten Zeile. Das heißt, hier wäre die Position unseres Roboters. Jetzt müssen wir allerdings noch beachten, dass unser Roboter eine Blickrichtung hat. Das heißt, ich probiere das jetzt hier als Pfeil einzuzeichnen. Und wir sehen hier, dass unser Roboter nach oben guckt. So, wir besprechen nur noch kurz die Aktion, die unser Roboter durchführen kann. Aktionen werden in Programmiersprachen auch meist Methoden genannt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich beide Begriffe öfter verwenden, aber ich meine im Endeffekt dasselbe. Also wir fangen mit der ersten Aktion an. Die nennt sich Move. Ich schreibe kurz die Anweisung hin. Wir sagen hier mit der Programmiersprache, dass wir möchten, dass Move auf unserem Roboter ausgeführt wird. Das wird dann durch einen Punkt getrennt. Und danach kommt der Name der Aktion, in unserem Fall Move. Was macht Move? Move bewegt unseren Roboter ein Feld in Blickrichtung. Da unser Roboter momentan nach oben guckt, bewegt er sich quasi ein Feld nach oben. Genau. Das könnten wir jetzt auch nochmal machen. Dann würde er sich noch ein Feld nach oben bewegen. Ich denke, das Prinzip ist klar. Falls er jetzt nach links geguckt hätte, hätte er sich einfach nach links geguckt, bewegt und etc. Die nächste Aktion, die wir haben, ist Turn Left. Wir geben hier wieder den Namen unseres Roboters an und dann den Namen der Aktion. Der ist Turn Left. Was macht Turn Left? Turn Left dreht unseren Roboter einmal um 90 Grad. Das heißt, nachdem Turn Left ausgeführt wurde, sieht das Ganze dann so aus. Wenn wir jetzt nochmal Turn Left aufrufen würden, dann würde der Roboter sich nochmal um 90 Grad drehen und würde dann danach, entschuldigt, danach nach unten gucken. Ja? Okay. Ich zeichne jetzt mal wieder nach oben hin. So. Dann gibt es noch zwei Aktionen, die mit Münzen zusammenhängen, die ich vorher schon erwähnt hatte. Also mit Coins. Und ich hatte ja vorher gesagt, die werden hier hinten angegeben, wie viele Coins der Roboter hat. Unser Roboter hat jetzt momentan 0 Coins. Ich ändere das jetzt hier mal aber auf 2 Coins, damit unser Roboter 2 Coins hat. So. Die erste Methode, die mit Coins arbeitet, nennt sich PutCoin. Und diese Methode legt an der momentanen Position des Roboters eine Münze ab. Unser Roboter steht jetzt bei 3, 2. Das heißt, die Münze wird hier abgelegt und ich zeige euch später, wie das dann in dem Programm aussieht. Also es wird durch einen roten Kreis signalisiert. Dann gibt es noch eine Methode PickCoin und die Methode macht das genaue Gegenteil. Die Methode guckt, ob es an der Position hier, ob es da eine Münze gibt und falls es da eine Münze gibt, wird die Münze aufgehoben. So. Lasst euch davon jetzt aber nicht verwirren, wir gucken uns das jetzt im Programm noch an. Die Methode guckt, ob es an der Position hier, ob es da eine Münze gibt und falls es da eine Münze gibt, wird die Münze aufgehoben. So. Lasst euch davon jetzt aber nicht verwirren, wir gucken uns das jetzt im Programm noch an. Wir befinden uns jetzt in Eclipse und gucken jetzt, wie wir das Projekt importieren können. So. Ich habe hier bereits die ZIP-Datei runtergeladen. Das ist die Vorlage, mit der wir die Übung bearbeiten können. Jetzt importieren wir die erstmal. Das heißt, wir gehen hier oben auf File in Eclipse, dann auf Import, dann wählen wir hier oben General aus und klappen das auf, wählen Existing Projects into Workspace aus und haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir können hier entweder den Ordner direkt importieren oder wir können eine ZIP-File importieren. Wir machen es jetzt hier mal mit der ZIP-File. Das heißt, wir wählen die ZIP-File aus, öffnen sie und drücken auf Finish. So, dann sehen wir hier oben auch schon den Projektordner. Jetzt können wir den Projektordner mal aufklappen und finden hier im SRC-Ordner, das ist der Source-Ordner, finden wir jetzt unseren Quelltext. Wir wollen hier die V4 bearbeiten, das heißt, wir machen hier die V4 auf und finden hier auch die Datei, die wir laut Übung öffnen wollen. first stepspot.java. Die doppelklicken wir jetzt mal, um sie zu öffnen. So, jetzt sehen wir hier einige Zeilen Code und lassen uns davon am besten nicht verwirren, bis man in dem Ganzen ein bisschen drin ist, dauert es eine Weile. Ich mache jetzt hier mal die Aufgabenstellung daneben auf, dann können wir uns die daneben angucken. Also, wir sollen die Klasse first stepspot.java öffnen, das haben wir hier jetzt gemacht. Dann steht hier, wir sollen jetzt unseren Code an der Stelle mit to-do einfügen. Okay, dann fangen wir mal an. Also, bei ersten steht, erstellen Sie einen Roboter namens Alice, der auf der Position 4,4 steht und nach rechts blickt. Er hat zu Beginn drei Coins in seiner Tasche. So, dann gehen wir mal hierher und wie wir das gerade schon gemacht haben, wir erstellen uns diesen neuen Roboter. Das heißt, wir geben den Klassennamen an, geben denen einen Namen, das ist in dem Fall jetzt Alice und erstellen den Roboter dann. Jetzt steht hier, wir sollen ihn auf der Position 4,4 einfügen. Das haben wir vorher schon gemacht. Erst die Spalte, also die vierte Spalte, dann ein Komma, dann die vierte Zeile, dann wieder ein Komma. Dann müssen wir festlegen, dass er nach rechts blickt. Das heißt, wir wählen hier Direction Right und geben ihm dann drei Coins am Anfang. So, was wir jetzt am Ende noch machen müssen, wir müssen den Semikolon einfügen. Jede Java-Anweisung, wie man hier oben auch sieht, muss am Ende mit einem Semikolon abgeschlossen sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist einfach die Syntax der Sprache. Warum steht es hier Direction Right anstatt nur Right? Was ihr bitte hier oben machen könnt, wenn ihr diese Übung am Anfang bearbeitet, importiert euch bitte einfach. Das müsst ihr jetzt im Moment nicht verstehen. Schreibt euch einfach das hier oben hin und dann könnt ihr nämlich nur Right oder Up oder Down oder Left schreiben. Also wenn ihr hier Abschreiben wollt und das funktioniert nicht, dann schreibt euch bitte oben hier diese Import-Anweisung hin. Also was die quasi macht, die legt halt den Pfad fest, an dem gesucht wird und dann könnt ihr hier einfach Right schreiben. Das werdet ihr auch später noch verstehen. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht und das wird euch später noch klarer werden. Also das wäre jetzt der erste Schritt. Also unser Roboter steht an der Position 4,4 nach rechts und hat drei Münzen. Wie können wir uns das Ganze jetzt angucken? Also wir sind ja hier in Eclipse und haben hier oben so eine Werkzeugleiste. Das, was ihr jetzt am Anfang auf jeden Fall braucht, ist dieser Button hier. Der führt euer Programm aus. Das heißt, wir drücken da jetzt einmal drauf und haben natürlich nicht gespeichert. Deswegen fragt ihr uns, ob wir speichern wollen. So und dann wird das Programm auch schon gestartet. Wir sehen jetzt, dass diese Welt schon einen Coin hat. Mit dem haben wir jetzt nichts zu tun. Der wurde vorher schon platziert und wir haben hier unseren Roboter, der an der Stelle 4,4 steht und nach rechts guckt. So. Jetzt steht hier in der zweiten Anweisung, wir sollen den Roboter zwei Schritte nach vorne laufen lassen. Wie wir vorher bereits gelernt haben. Ich schreibe euch nochmal in einem Kommentar hier oben immer den Schritt dazu. Das heißt, das war jetzt Schritt 1. Kommentare sind Sachen, die gar keine Anweisung sind und nicht vom Compiler beachtet werden. Das heißt, das hier ist der erste Schritt und die werden durch zwei Slashes eingeleitet. Dann machen wir hier unten Schritt 2 und lassen unseren Roboter jetzt zwei Schritte nach vorne laufen. Die Methode dafür war Move. Das heißt, wir machen einmal Alice Move. Das heißt, unser Roboter läuft jetzt einen Schritt nach vorne. Wir können uns das auch schon mal ganz kurz angucken. Er ist jetzt einen Schritt nach vorne gelaufen. Und dann lassen wir nochmal nach vorne laufen. Und jetzt sollte er zwei Schritte nach vorne laufen. Sehen wir auch, er hat sich zwei Schritte nach vorne bewegt. So. Da habe ich die zwei vergessen hier oben. So. Dann machen wir Schritt 3. Die wäre in dem Fall Alice, soll sich so drehen, dass er nach oben blickt. Wir gucken uns das nochmal an. Er guckt im Moment nach rechts. Das heißt, wir wollen, dass er sich einmal nach links dreht. Und dafür haben wir auch vorher die Mikrode kennengelernt. Die wäre Turn Left. Das heißt, unser Roboter dreht sich jetzt einmal nach links an dieser Stelle. Ja. Was ihr hier mit achten müsst, das Programm läuft wirklich einfach von oben nach unten durch in dem Fall. Zumindest im Moment noch. Also, es wird einfach jede Anweisung nach der anderen bearbeitet. Ja. So. Ich mache das hier unten mal ein bisschen kleiner. Und dann machen wir mal Schritt 4. Und Alice soll sich jetzt, er soll einen Schritt nach vorne laufen. Das hatten wir in Schritt 2 schon. Das heißt, wir machen wieder Alice.move. Gucken wir uns das wieder kurz an. So. Haben wir gesehen, jetzt nach der Linksdreffung hat sie sich einen Schritt nach vorne bewegt. Also unseren vierten Schritt gemacht. So. Dann machen wir mit der 5 weiter. Unser Schritt 5 ist in dem Fall, Alice soll einen Coin ablegen. So. Wie wir sehen, hat Alice am Anfang drei Coins gehabt. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle auch einen Coin ablegen. Das heißt, wir machen PutCoin. Die Methode hatten wir auch schon vorher durchgesprochen. Gucken wir uns das wieder kurz an. So. Und dann wird jetzt an der Stelle hier ein Coin abgelegt. Schritt 6 ist an der Stelle. Alice soll wieder zwei Schritte nach vorne laufen. Das kennen wir ja schon. Das heißt, wir machen wieder Alice.move und Alice.move. Ich war jetzt nochmal einen Schritt weiter und dann gucken wir uns das wieder an. Um das Ganze etwas zu beschleunigen. Dann haben wir Schritt 7. Alice soll zwei Coins ablegen. Da sie im Moment, also wir haben ja am Anfang drei Coins gehabt. Haben hier einen Coin abgelegt. Der wird dann auch abgezogen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hier in Zeile 30, ihr seht hier links die Zeilennummer, hat Alice nur noch zwei Coins. Das heißt, wir können jetzt aber immer noch zwei Coins ablegen, weil wir haben ja noch zwei Coins. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Dann hat sie jetzt hier oben zwei Coins abgelegt. Jetzt gehen wir in den achten Schritt und drehen Alice jetzt so, dass sie nach links blickt. Im Moment blickt sie ja nach oben. Das heißt, damit sie sich nach links guckt, müssen wir sie einfach nach links drehen. Dann gehen wir in Schritt 9. Und da steht jetzt, dass wir Alice zwei Schritte nach vorne laufen lassen sollen. Das machen wir wieder mit der Move-Methode. So, das gucken wir uns jetzt wieder kurz an. Wir sehen jetzt, Alice steht auf einem Coin. Das ist jetzt relevant für den nächsten Schritt. Denn in Schritt 10 wird von uns gewünscht, dass Alice den Coin aufhebt. Das heißt, wir verwenden eine andere Aktion, die wir vorher kennengelernt haben. Die nennt sich Putcoin. Entschuldigung. Bitcoin. Die hebt jetzt die Münze auf. Genau. Die Münze ist jetzt weg und Alice hat die Münze aufgehoben. Und im allerletzten Schritt müssen wir Alice jetzt nur noch einen Schritt nach vorne laufen lassen. Das machen wir jetzt hier auch. Und damit wäre die Aufgabe dann auch schon abgeschlossen. Wir gucken uns das noch an. und das sieht ganz gut aus. Bevor wir nun mit der nächsten Aufgabe beginnen, möchte ich euch noch kurz eine neue Aktion vorstellen, die wir im Rahmen der Umgebung Fobbot verwenden. Und diese nennt sich IsFrontClear. Und ich zeichne jetzt mal beispielhaft einen Roboter ein. Und wie wir hier sehen, guckt er jetzt nach oben. Wenn wir jetzt diese Aktion auf diesem Roboter hier ausführen würden, dann würde diese Methode uns ja zurückliefern. Das heißt, diese Methode liefert uns entweder ja oder nein. In diesem Fall würde sie ja zurückliefern. In Programmiersprachen verwendet man statt ja und nein auch gerne true und false. Also für wahr oder falsch. Also das ist im Endeffekt dasselbe, aber gewöhnt euch vielleicht an true oder false. Das heißt, wenn wir in diesem Fall IsFrontClear auf diesem Roboter aufrufen würden, dann würde uns die Methode true zurückliefern. So. Jetzt zeichne ich nochmal einen anderen Roboter ein. Und wie wir hier sehen, guckt dieser nur nach rechts und der guckt direkt auf eine Wand. Also hier ist eine Wand, ja. Wenn wir die Methode IsFrontClear nun auf diesem Roboter aufrufen würden, dann würden wir false zurückgeliefert bekommen, ja. Weil vor dem Roboter eine Wand ist und damit ist die Front natürlich nicht clear. So, nun beginnen wir mit der Aufgabe. Die Aufgabe heißt Quadrat. Wir sollen am Anfang wieder unsere Datei öffnen und den Code an einer bestimmten Stelle einfügen. Wir sollen hier am Anfang zwei Roboter in der Welt platzieren, die beide 20 Coins haben. Der erste Roboter befindet sich ganz unten links bei 0,0 und guckt nach rechts und der zweite befindet sich bei 9,9 und blickt nach links. Wir sollen nun ein Quadrat mit Hilfe dieser beiden Roboter zeichnen, indem wir quasi Coins ablegen. Und am Ende des Programms soll sich jeder Roboter am Startpunkt des jeweils anderen befinden. Ihr seht hier die beiden Bilder mit dem Vorher-Nachher-Vergleich. Die verbindliche Anforderung hier ist allerdings, dass wir das Ganze innerhalb einer Schleife umsetzen sollen. Ich erkläre euch gleich, wie das funktioniert. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach zehnmal Punkt PutCoin und Move schreiben und uns dann drehen, sondern wir sollen das jetzt hier mit einer Schleife umsetzen. Der naive Ansatz an der Stelle hier jetzt wäre jetzt, dass wir unseren ersten Roboter einen Coin ablegen lassen, unseren zweiten Roboter auch einen Coin ablegen lassen. Ich nenne die jetzt an der Stelle einfach R1 und R2. Dass sich unser Roboter R1 dann nach vorne bewegt, dass sich dann unser Roboter R2 nach vorne bewegt und dass wir diesen Teil hier jetzt quasi einfach zehnmal untereinander schreiben. Das heißt, wir schreiben jetzt wie hier wieder R1 PutCoin und dann R2 PutCoin und so weiter, bis unsere Roboter quasi dann immer hier eine Münze abgelegt haben und sich dann immer ein Feld weiter bewegt haben. Ja, und das machen die dann quasi bis beide hier in der Ecke angelangt sind. Das wäre jetzt der naive Ansatz. Und dann nachdem wir das zehnmal hingeschrieben haben, würden wir beide Roboter nach links drehen lassen und dann würden wir das Ganze wieder zehnmal hinschreiben, damit unsere Roboter dann in die Ecken hier laufen. Damit wir dann am Ende wie hier gesehen, wie hier zu sehen in den beiden Ecken sind. So, das ist jetzt allerdings der naive Ansatz und das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Art, das Ganze zu lösen. Deswegen gucken wir uns jetzt Schleifen an. In diesem Fall ist es die While-Schleife. Das sieht man hier vorne an dem While. Was macht die While-Schleife? Die While-Schleife führt alle Anweisungen zwischen den geschweiften Klammern so lange aus, wie die Bedingung hier oben erfüllt ist. Die Bedingung steht in runden Klammern und wir haben auch schon Beispiele für Bedingungen gemacht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir könnten fragen, ob das Feld vor unserem ersten Roboter frei ist. Das heißt, wir würden quasi R1 Punkt ist Front Clear schreiben und das würden wir hier in die Runden Klammern packen. Und wie wir ja vorher gesehen haben, liefert diese Aktion ein True oder ein False zurück. Die While-Schleife wird also so lange wiederholt, wie in dem Beispiel hier das Feld vor dem ersten Roboter frei ist und dementsprechend werden quasi diese beiden Anweisungen hier so lange wiederholt. So, wir beginnen nun mit dem Code-Teil der Übung. Ich habe hier wieder die benötigte Java-Datei geöffnet. Die war hier in derselben Vorlage, allerdings hier in diesem V5-Package zu finden. Falls ihr jetzt die Aufgabe schon selbst bearbeiten wolltet und Probleme hattet, weil ihr zum Beispiel eure Richtungen nicht richtig erkannt werden, denkt bitte wieder dran, hier oben die Zeile einzufügen. Was zum Anfang. Also, wie wir bereits vorher geklärt haben, müssen wir jetzt erst mal zwei Roboter platzieren. Machen wir wie gewohnt. Wir nennen den einen jetzt einfach mal ganz simpel Robot 1 und der soll ja in Position 00 stehen, nach rechts gucken und 20 Coins haben. Dann machen wir noch einen zweiten Roboter, den nennen wir Robot 2. Der soll ganz oben rechts in der Ecke starten, soll nach links gucken und 20 Coins besitzen. Jetzt hatten wir vorher bereits herausgefunden, dass der Code, den wir wiederholen möchten, dass es das Folter ist, also unser Roboter 1 und links in der Ecke soll er eine Münze ablegen. Danach lassen wir Roboter 2 auch eine Münze ablegen. Dann möchten wir, dass sich Roboter 1 einfällt, nach vorne bewegt. und dann sollen sich Roboter 2 auch ein Feld nach vorne bewegen. Gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Wir sehen, dass beide Roboter eine Münze ablegen und sich ein Feld nach vorne bewegt haben. Das möchten wir jetzt natürlich allerdings bis zum Rand hier hinten ausführen. Und hier kommt jetzt besagte Wildschleife ins Spiel. Das heißt, wir machen hier Wire und jetzt brauchen wir eine Bedingung. Die Bedingung ist in dem Fall, dass das Feld für Roboter 1 frei ist. Das heißt, wir nehmen hier die Methode ist Front Clear hier. Die habe ich ja bereits vorher erklärt. Und müssen jetzt unsere Anweisung hier in die Wildschleife einfügen. Das machen wir jetzt hier mal kurz und gucken uns das Ganze mal an. So, jetzt sehen wir, die Roboter legen Münzen ab und bewegen sich immer ein Feld nach vorne, bis hier vor Roboter 1 das Feld nicht mehr frei ist, weil hier ist ja jetzt eine Wand. So, warum funktioniert das jetzt an der Stelle? Auch mit Roboter 2? Ich meine, die Roboter starten in den gegenüberliegenden Ecken und müssen sich beide gleich weit bewegen. Deswegen können wir das jetzt hier auch so machen. Wenn ihr jetzt natürlich sehr korrekt sein wollt, das lernt ihr auch noch später in der Vorlesung, wie ihr Bedingungen verknüpft, könntet ihr hier auch noch schreiben, Roboter 2 ist Front Clear. So, was heißt das jetzt hier an der Stelle? Das heißt quasi, dass die Anweisungen in der Wildschleife, also die vier Zeilen, nur ausgeführt werden, wenn die Felder vor beiden Robotern frei sind. In dem Fall ist es aber dasselbe, weil wie gesagt, beide müssen sich halt dieselbe Distanz bewegen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Situation an, ganz kurz und vergleichen dann hier mit dem Ausgangsbild und können hier sehen, dass sich beide Roboter jetzt hier unten befinden, also hier in den jeweils falschen Ecken im Moment. Das heißt, dieser Roboter hier müsste sich jetzt nach links drehen, auch noch eine Münze ablegen und dann wieder nach unten laufen und der andere Roboter müsste genau das gleiche machen. So, in der verbindlichen Anforderung steht jetzt, dass das Laufen und Ablegen von Coins nur innerhalb einer Schleife umgesetzt werden darf, aber das Drehen der Roboter darf außerhalb einer Schleife geschehen. Das heißt, was wir jetzt hier erstmal machen, wir drehen jetzt Roboter 1 nach links und wir drehen Roboter 2 nach links. So, gucken wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Und jetzt gucken die Roboter wieder in die richtige Richtung und der muss jetzt hier nach unten laufen und der muss jetzt hier nach oben laufen. Das ist jetzt wieder dieselbe Situation wie vorher. Das heißt, was wir jetzt machen können, können die Schleife von hier oben rein theoretisch wieder kopieren oder wir tippen einfach kurz ab. Das heißt, wir gucken, wir führen hier wieder die Schleife auf, solange das Feld vor Roboter 1 frei ist und lassen Roboter 1 dann eine Münze ablegen. lassen Roboter 2 eine Münze ablegen. Dann soll sich Roboter 1 wieder ein Feld nach vorne bewegen und Roboter 2 soll sich ein Feld nach vorne bewegen. Also hier die Bedingung ist wieder dieselbe wie hier oben. Wir können auch wieder die Bedingung von hier oben dazu packen, wenn wir möchten. Wir können die aber auch entfernen. Also wie gesagt, wie ihr Lust habt, das ist beides dasselbe und macht keinen Unterschied an der Stelle. Und wir führen es jetzt mal aus, das Programm. jetzt vergleichen wir es mit dem Nachhervergleich und sehen, das ist genau dasselbe Bild und sind damit fertig. Wir gucken uns jetzt wieder zusammen die Übung an. Zuallererst möchte ich sagen, dass beim 0. Übungsblatt ganz am Anfang ganz viel über die Abgabe von Hausübungen steht. Ich werde es dann allerdings am Ende wenn wir das Ganze programmiert haben mit euch zusammen durchgehen. Also lesen wir uns erstmal die Aufgabe durch. Die Aufgabe heißt 4 Roboter und wir sollen hier mit Hilfe von 4 Robotern jeweils in jeder Ecke der Welt einen Coin ablegen. Die Größe dieser Welt ist nicht festgelegt also die kann entweder 3x3, 5x5, 7x7 oder 9x9 groß sein. Also hier nehmen wir eine 7x7 Größe und hier eine 3x3 Größe. Wir sollen jetzt hier in der Roboter in der Mitte der Welt anfangen lassen mit jeweils einem Coin. Dazu müssen wir uns Gedanken machen wie wir die Koordinaten des mittleren Feldes berechnen. Und hier der Roboter hat eine Ecke die er laufen soll und wenn der Roboter in der Ecke angekommen ist soll ein Coin abgelegt werden und der Roboter soll sich dann drehen und dann einen Schritt nach unten gehen oder beziehungsweise nach oben je nachdem in welcher Ecke er steht. Und dafür gucken wir uns jetzt zuerst mal an wie wir die mittleren Koordinaten bestimmen können. Dafür habe ich jetzt mal ein paar Beispielfelder hingezeichnet. Also wir haben hier ein 3x3 Feld und wie wir alle wissen ist das ja hier die Mitte. Und ich zeichne jetzt mal kurz die Koordinaten hin. So und jetzt kann man hier vielleicht sehen dass wenn wir die Zahl 3 ich schreibe das jetzt mal hier unten in die Ecke wenn wir die Zahl 3 durch 2 teilen also halbieren dann kommt da 1,5 raus. Und wenn wir diesen Wert jetzt abrunden auf 1 dann sehen wir hier dann sehen wir hier dass 1 und 1 jeweils die Koordinaten unseres Mittelpunktes sind. Das überprüfen wir jetzt noch für die anderen Felder. Wir nehmen zum Beispiel hier das 5x5 Feld teilen also 5 durch 2 das ist 2,5 und wenn wir das Ganze abrunden dann kommt da 2 raus. Wenn wir uns hier wieder die Koordinaten anzeichnen dann können wir sehen dass 2,2 auch hier wieder unser Mittelpunkt ist. Das gucken wir uns jetzt noch für ein 7x7 Feld an um uns wirklich sicher zu sein und teilen 7 durch 2 das ist 3,5 und die Hälfte also 3 abgerundet ist dann 3 und wir können auch hier wieder sehen dass das jetzt hier 3,3 unsere Mitte ist. Also rein theoretisch müssen wir es jetzt noch für 9x9 überprüfen. aber ihr könnt mir an der Stelle glauben dass das auf jeden Fall die richtige Lösung ist. Also so können wir die Mitte unseres Feldes festlegen. So wir wechseln dann wieder zurück zu unserer Programmierumgebung und als allererstes müssen wir natürlich die Hausübung importieren. Das heißt wie bereits bekannt gehen wir hier oben auf File dann auf Import wählen hier wieder Existing Projects into Workspace aus da ich die Datei im Moment noch als Zip habe wähle ich diesen Reiter hier aus suche mir die Datei hier ich habe die vorher heruntergeladen findet ihr im Download Ordner und macht die Datei auf und drückt dann auf Finish. So dann habe ich jetzt hier auch bereits meine Datei gehe wieder in den Source Folder gehe ins Default Package und finde hier auch die Java Datei auf der ich arbeiten kann. dann machen wir die jetzt erstmal auf ist hier leider ein bisschen klein deswegen mache ich jetzt hier erstmal die Übung weg und so wir haben jetzt hier schon ein bisschen Code der hier steht den müssen wir jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt verstehen ich mache hier mal ein bisschen Platz und wir sollen hier ab der Stelle unseren Code einfügen was hier auf jeden Fall wichtig ist dass wir hier oben wie ihr seht wird hier eine Variable eingerichtet vom Typ Integer und in dieser Variable wird die Größe unseres Feldes gespeichert also hiermit wird quasi eine zufällige Zahl zwischen 3 und 9 festgelegt und die wird hier in diesem Wert gespeichert mit dem müssen wir dann nämlich arbeiten ich könnte das Programm jetzt mal beispielhaft ausführen dann sehen wir dass jetzt hier ein 7x7 Feld erstellt worden ist und hier unten in der Konsole ist auch die Größe ausgegeben worden 7x7 was wir jetzt an dieser Stelle als allererstes machen müssen ist die Koordinate des Mittelpunktes berechnen und da hatten wir ja vorher gesagt wir möchten die Größe durch 2 teilen und die Größe haben wir hier oben in Size gegeben heißt wir richten hier eine neue Variable Center vom Typ Integer ein und speichern darin Size durch 2 das heißt durch 2 wäre ja zum Beispiel ich schreibe das jetzt mal als Kommentar hier hin 7 durch 7 durch 2 wäre ja zum Beispiel 3,5 da wir das Ganze aber hier als Integer speichern wird aus dieser 3,5 eine 3 also die Nachkommastelle wird abgeschnitten wir machen uns jetzt hier mal eine Ausgabe damit wir das Ganze überprüfen können das müsst ihr jetzt an der Stelle dann ordentlich komplett verstehen das müsst ihr dann in der Hausübung auch zum Beispiel nicht so machen das ist jetzt nur der Übersichtlichkeit halber dann natürlich auch das Semikolon hinten immer nicht vergessen dann führen wir das Ganze mal aus und jetzt sehen wir wir haben hier eine 5x5 Welt und unser Center ist bei 2,2 das wäre hier die Koordinate in der Mitte und damit ist das Ganze korrekt da wir nun die Koordinate des Mittelpunktes berechnet haben erstellen wir uns als nächstes als ein Roboter wir beginnen jetzt am Anfang erstmal nur mit einem Roboter und arbeiten uns danach zu mehreren Roboter nennen das heißt wir stellen uns hier einen Roboter nennen den erstmal R1 wir platzieren ihn jetzt an der Stelle an beiden Mittelkoordinaten die wir gerade ausgerechnet haben lassen ihn jetzt erst einfach mal nach links gucken und geben ihm mal eine Münze jetzt gucken wir uns das Ganze an jetzt sehen wir wir haben hier einen Roboter der ist in der Mitte und guckt nach links was wir als nächstes machen wollen wir wollen dass der Roboter an den linken Rand läuft dafür nehmen wir jetzt mal kurz ein größeres Feld genau und wir möchten jetzt dass der Roboter jetzt hier links an den Rand läuft und sich dann quasi dreht aber erstmal müssen wir gucken wie wir den Roboter an den Rand laufen lassen wir hatten das ja bereits vorher gemacht das heißt wir können es an der Stelle wieder genauso machen das heißt wir gucken hier ob das Feld vor dem Roboter frei ist und machen das hier mit einer Wildschleife und solange dieses Feld frei ist lassen wir den Roboter nach vorne laufen ja also solange das Feld vor dem Roboter frei ist kann sich der Roboter ein Feld nach vorne bewegen und es wird auch so lange ausgeführt da gucken wir uns das Ganze an das war jetzt auf dem kleinen Feld vielleicht kriegen wir nochmal ein größeres Feld genau also der Roboter läuft jetzt an den linken Rand alternativ möchte ich euch noch eine andere Lösung zeigen wir können das Ganze jetzt auch mit einer sogenannten Vorschleife umsetzen ich schreibe euch kurz hin wie das an der Stelle aussehen würde das heißt wir würden uns am Anfang einen Integerwert festlegen den setzen wir jetzt zum Beispiel auf 0 lassen den so lange durchlaufen wie diese neue Variable kleiner als die Setter-Koordinate ist und erhöhen danach die Koordinate immer um 1 und würden dann auch R1-Punkt hoch machen macht euch keine Sorgen ich zeige euch gleich wie das Ganze funktioniert ich zerschreibe es jetzt nochmal kurz hin und zeige es euch also der Roboter würde hier auch wieder an den linken Rand laufen ja dann wechseln wir jetzt mal und gucken uns das mal an wir haben hier jetzt den allgemeinen Aufbau der Vorschleife gegeben das heißt wir haben hier einfach die Vorschleife definiert danach kommt ein Teil in runden Klammern und danach kommt der Code der in der Schleife ausgeführt werden soll wie gewohnt in geschweiften Klammern so wir haben jetzt hier drei verschiedene Teile in der runden Klammer wir haben zum einen wie bekannt die Bedingung dann haben wir hier vorne eine Anweisung und hier hinten eine Anweisung die Anweisung ganz vorne wird einmal ganz am Anfang ausgeführt ja also die wird nicht mehrmals ausgeführt sondern wirklich nur einmal vor der Vorschleife diese Anweisung hier hinten wird nach jeder nach jeder Code-Ausführung hier in der Mitte ausgeführt das heißt wie läuft das Ganze ab am Anfang am Anfang der Vorschleife wird einmal diese rote Anweisung hier ausgeführt dann wird der Code hier in der Mitte abgelaufen dann wird diese blaue Anweisung ausgeführt und dann beginnt die Schleife von vorne prüft die Bedingung führt den Code aus führt die hintere Anweisung aus und springt wieder nach oben so lasst euch davon jetzt bitte nicht verwirren ich zeige euch das jetzt nochmal an einem kleinen Beispiel so wir haben jetzt hier einmal den Code den ich vorher in Eclipse geschrieben habe und hier oben haben wir ein 7x7 Feld beim 7x7 Feld wissen wir ja der Mittelpunkt liegt bei 3,3 und da habe ich jetzt auch erstmal unseren Roboter eingezeichnet wir gucken uns jetzt an wie die Vorschleife arbeitet was ihr euch hier auf jeden Fall merken müsst dieses x plus plus ist quasi dasselbe wie x ist gleich x plus 1 also das einzige was das quasi macht ist erhöht x um 1 ja so also ich habe hier nochmal hingeschrieben der Centerwert ist 3 und wir durchlaufen jetzt einmal die Vorschleife und probieren dabei die zu verstehen was hier kurz was ich euch jetzt kurz sagen möchte in dem Fall in dem Fall hier ist das das hier quasi allgemein einfach nur heißt dass das 3 mal ausgeführt wird weil unser Center 3 ist und wir bei 0 anfangen ich möchte aber auch dass ihr das versteht das heißt wir gehen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch also am Anfang vor der Vorschleife wird die rote Anweisung ausgeführt also die hier das heißt unser x ist am Anfang 0 so jetzt wird überprüft jetzt wird unsere grüne Bedingung hier überprüft also ist x kleiner gleich Center also in dem Fall ist 0 kleiner als 3 so das ist natürlich wahr in dem Fall das heißt die Anweisung hier wird ausgeführt das heißt unser Roboter ich zeichne das hier oben nochmal schnell ein unser Roboter bewegt sich um ein Feld in Blickrichtung so jetzt ist der Anweisungsblock in der Mitte fertig und jetzt wird die blaue Anweisung ausgeführt die wird nämlich nach jedem Durchlauf ausgeführt das heißt unser x erhöht sich jetzt um 1 so jetzt gucken wir wieder also jetzt springt der Code wieder hier hoch und guckt ist 1 kleiner als 3 so das ist immer noch wahr das heißt die Anweisungen werden wieder ausgeführt das heißt unser Roboter bewegt sich wieder ein Feld nach vorne so jetzt wird wieder die blaue Anweisung ausgeführt das heißt unser x ist jetzt 2 jetzt wird überprüft ist 2 kleiner als 3 das ist immer noch wahr das heißt es wird wieder der Anweisungsblock hier ausgeführt das heißt unser Roboter bewegt sich wieder ein Feld nach vorne so jetzt wird wieder die blaue Anweisung ausgeführt da der Codeblock in der Mitte fertig ist und jetzt ist unser x 3 jetzt wird überprüft ist 3 kleiner als 3 das ist nicht wahr also ihr müsst darauf achten es gibt auch noch kleiner gleich das wäre an dieser Stelle wahr aber wir haben hier ein echtes kleiner ja also achtet da bitte drauf das heißt das ist falsch damit ist jetzt unsere Vorschleife komplett abgearbeitet und der Teil hier wäre fertig ich hoffe das hat euch jetzt ein bisschen beim Verständnis geholfen wie wir hier sehen können ist unser Roboter jetzt auch am Rand angelangt und wir können jetzt im Code weiterarbeiten unser Roboter ist ja jetzt bereits an der linken Ecke angelangt und wir lassen den ersten Roboter jetzt einfach mal in die Ecke unten links laufen das heißt wir gucken uns ganz kurz nochmal an wo wir sind genau und wir möchten jetzt dass der Roboter hier unten links in die Ecke läuft das heißt wir müssen ihn jetzt einmal drehen und dann müssen wir wieder nach unten laufen lassen das heißt wie machen wir das Ganze hier wir drehen den Roboter einmal nach links und jetzt können wir dasselbe wie hier oben machen wir lassen den Roboter wieder um die selbe Distanz nach unten laufen das heißt wir verwenden hier wieder eine Vorschleife und dann gucken wir uns das Ganze wieder an der Roboter dreht sich und läuft nach unten was der Roboter jetzt an der Stelle machen soll er soll seine Münze ablegen die er hat das heißt wir verwenden hier wieder Putcoin und danach soll sich der Roboter um 180 Grad drehen müssen die Motore natürlich auf dem Roboter aufrufen um eine 180 Grad Drehung zu erzeugen lassen wir den Roboter zweimal nach links drehen gucken wir uns das Ganze wieder an kurz so jetzt hat er sich gedreht und der letzte Schritt den wir machen müssen ist dass er sich ein Feld nach oben bewegen muss das heißt wir lassen den Roboter auch noch ein Feld nach oben laufen so jetzt haben wir allerdings erst ein Roboter erzeugt ich mache das nochmal nebenbei auf damit man nebenbei gut gucken kann so wir haben jetzt erst ein Roboter erzeugt wir können jetzt aber vielleicht erkennen dass die Bewegungsmuster der anderen Roboter recht ähnlich sind das heißt wir können jetzt vielleicht auch diese Roboter Bewegung einer Schleife umsetzen das heißt wir möchten ja vier Roboter erzeugen das heißt wir machen uns jetzt erstmal eine Vorschleife hier oben hin die das Ganze viermal durchläuft wir verwenden jetzt mal die typische Schleifenvariable i initialisieren die mit 0 wir möchten dass das Ganze viermal durchläuft das heißt wir schreiben hier kleiner als 4 und erhöhen danach i immer um 1 so jetzt fügen wir hier erstmal testweise fügen wir hier einfach erstmal den Roboter ein den wir gerade erzeugt haben so was habe ich jetzt hier gemacht das heißt ich habe jetzt hier eine Vorschleife die viermal durchläuft und im Endeffekt macht die jetzt viermal dasselbe wir gucken uns jetzt einfach mal spaßeshalber an was hier passiert jetzt sehen der Roboter läuft in die Ecke danach wird ein neuer Roboter erzeugt und der macht jetzt wieder genau das gleiche legt hier auch eine Münze hin geht auch in die untere Ecke und jetzt müssen wir uns Gedanken machen wie wir das Ganze so abändern können dass die Roboter sich quasi anders verhalten so wie können wir das Ganze jetzt hier an der Stelle machen was haben wir denn was die Roboter voneinander unterscheidet was die Roboter hier voneinander unterscheidet ist hier zum Beispiel die Schleifenvariable also i ist ja ganz am Anfang 0 danach wird i1 danach wird i2 und danach wird i3 und das läuft quasi durch bis i3 ist und danach ist die Schleife hier beendet das heißt was wir jetzt hier machen können ist wir möchten zum Beispiel dass sich der dritte und der vierte Roboter in die andere Richtung drehen das heißt wir verwenden jetzt hier eine if-Anweisung die hatten wir bisher noch nicht die ist aber ziemlich einfach das heißt wir schreiben hier einfach if dann kommt hier wieder eine Bedingung das ist wie zum Beispiel ist front clear eine Bedingung oder wir können hier auch einen Vergleich machen das heißt falls unser i entschuldigt falls unser i größer als 1 ist dann möchten wir dass der Roboter sich nochmal um 180 Grad dreht also wir machen hier zweimal Turn Left so was passiert jetzt hier ich spreche es einmal ganz kurz durch und danach zeige ich es euch also in der ersten Iteration der Schleife also wenn das hier durchläuft ist unser i0 das heißt dieser Teil hier wird nicht ausgeführt das heißt der Roboter wird erstellt das hier wird nicht ausgeführt weil i nicht größer als 1 ist und danach bewegt sich der Roboter ganz normal und macht die Sachen die wir vorher programmiert haben im zweiten Durchlauf ist i1 wir erstellen hier auch den Roboter aber i ist immer noch nicht größer als 1 das heißt der Roboter wird ganz normal erstellt und läuft hier auch in die untere linke Ecke in der nächsten Iteration ist unser i allerdings 2 dann wird der Roboter erstellt und dann gilt allerdings i größer als 1 das heißt unser Roboter dreht sich zweimal das heißt unser Roboter guckt nur nach rechts und führt dann die weiteren Anweisungen aus und das gleiche geschieht dann auch für den nächsten Durchlauf wenn i gleich 3 ist wir gucken uns das Ganze mal an und werden dann aber sehen dass wir hier immer noch nicht fertig sind leider das sind jetzt die ersten beiden Roboter bei i0 und i1 genau jetzt habt ihr gesehen das war i2 und i3 das war jetzt i2 und das ist jetzt i3 das heißt die Roboter sind jetzt hier oben in der Ecke jetzt haben wir allerdings immer noch das Problem dass der zweite Roboter auch hier nach unten gelaufen ist und dass der vierte Roboter auch hier nach oben gelaufen ist ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen so das ist der erste Roboter der bewegt sich richtig der zweite Roboter sollte jetzt allerdings nach oben laufen das müssen wir noch ändern der dritte Roboter läuft jetzt hier auch in die richtige Ecke und der vierte Roboter macht jetzt leider wieder dasselbe ja und falls es euch auffällt müssten wir hier nur an den Ecken hier müssten sich die Roboter nicht nach links drehen beziehungsweise hier auch nach links sondern hier nach rechts ja das heißt die Roboter müssen hier in andere Richtungen laufen und was haben wir wieder was die Roboter unterscheidet das ist wieder die Schleifenvariable so das ist ja hier die Stelle im Code an der wir die Roboter drehen das heißt was wir hier jetzt machen können wir können hier wieder eine IF-Anweisung machen und wir machen jetzt hier falls I gleich 1 ist ja also das ist der zweite Roboter dann wollen wir dass er sich nochmal um 180 Grad dreht das heißt wir drehen den hier nochmal wieder um 180 Grad so das wäre jetzt der zweite Roboter jetzt möchten wir allerdings dass der vierte Roboter sich auch um 180 Grad dreht das heißt wir checken jetzt hier noch falls I3 ist möchten wir auch dass der Roboter eine 180 Grad Drehung macht so das gucken wir uns jetzt ganz kurz an so der erste Roboter läuft korrekt der zweite Roboter läuft hier auch korrekt der hat sich jetzt auch hier an der Stelle weil I1 war das seht ihr hier im Code also die Schleifenvariable war 1 und deswegen hat der Roboter sich hier erst nach links gedreht und dann hat er sich noch zweimal nach links gedreht und ist dann ganz normal nach oben gelaufen und wie ihr seht entspricht das jetzt dem richtigen Nachherbild und damit wäre die Aufgabe auch schon erledigt noch ganz kurz ihr könntet hier auch anstatt dass ihr zwei IF-Anweisungen macht könntet ihr hier natürlich auch eine Oder-Verknüpfung machen und schreiben falls I gleich 3 ist und was das Ganze dann macht also wie gesagt die Verknüpfungsoperation lernt ihr noch das heißt diese IF-Anweisung hier wird also dieser Code hier in der Mitte wird ausgeführt falls I1 ist oder falls I3 ist also wenn eine der beiden Bedingungen gilt dann wird der Code hier in der Mitte ausgeführt als nächstes zeige ich euch jetzt noch wie ihr die Sachen exportiert und gemäß der Abgabekonvention konfiguriert also guckt euch das bitte auf jeden Fall noch an so hallo nochmal an alle auch an die Leute die sich das bisherige Video jetzt vielleicht nicht angeguckt haben ganz kurz das ist jetzt hier die Hausübung die wir gerade bearbeitet haben das ist jetzt auch die fertige Hausübung und ich möchte euch jetzt zeigen wie ihr die exportieren könnt damit ihr sie dann abgeben könnt also als allererstes möchtet ihr die Datei umbenennen ihr könnt es auch bereits direkt am Anfang machen wenn ihr die Datei importiert ich habe es jetzt allerdings am Ende gemacht damit das ganze halt gebündelt ist also ihr geht auf euer Projekt macht da rechtsklick drauf geht auf Refactor dann auf Rename so jetzt seht ihr hier bereits schon ungefähr die Namenskonventionen am Anfang tragt ihr bitte die Nummer ein das ist in dem Fall die 0. Hausübung deswegen steht hier 00 die 5. Hausübung wäre zum Beispiel 05 und die 11. Hausübung wäre die H11 also bei Einstellungen bitte mit führender 0 und sonst einfach die Zahl dann tragt ihr hier bitte euren Nachnamen ein und hier bitte euren Vornamen falls ihr Sonderzeichen euren Namen habt dann schreibt die bitte um also ein Ö zu OE und ein scharfes S zu einem Doppel S sonst könntet ihr vielleicht Probleme mit Eclipse bekommen dann lasst bitte den Haken hier drin und drückt auf OK so jetzt hat sich euer Projekt umbenannt damit ihr das ganze jetzt exportieren könnt gibt es zwei Wege entweder geht hier auf File und dann Export dann müsst ihr allerdings das Projekt noch auswählen und exportiert dann bitte nicht das falsche Projekt ihr könnt auch einfach hier rechtsklick drauf machen dann geht ihr auf Export dann könnt ihr hier unter General Archive File auswählen das macht ihr auch bitte geht dann auf Next überprüft dann hier links dass auch das richtige Projekt ausgewählt ist und checkt auch hier rechts dass alle Dateien ausgewählt sind dann wählt ihr bitte hier Save in Zip Format aus und stellt sicher dass der Haken bei Compress the Contents of the File gesetzt ist dann können wir das ganze jetzt irgendwo speichern ich speichere es jetzt einfach mal mit dem Download Ordner und da wählt ihr bitte denselben Namen also wir nehmen jetzt hier auch H00 Mustermann Max und speichern das ganze hier ab dann drücken wir hier noch auf Finish und dann wird unser Projekt exportiert wir können uns das ganze jetzt nochmal angucken und sehen dann auch hier dass wir jetzt die Zip Datei haben und achtet dann beim Hochladen bitte auch drauf dass ihr die richtige Zip Datei hochladet und nicht außersehen die Vorlage das wäre dann wirklich sehr ärgerlich noch ganz kurz achtet bitte wirklich auf die Abgabekonvention ihr kriegt wenn ihr das in den ersten zwei Übungen wenn ihr das falsch macht kriegt ihr jeweils einen Punkt abgezogen und wenn dann danach irgendwas falsch ist dann wird die Abgabe wahrscheinlich mit null Punkten bewertet und das will wirklich keiner also passt bitte einfach auf das wäre es dann auch mit dem heutigen Video ich bedanke mich ich hoffe es hat weitergeholfen und schönen Tag noch und dann wird die Richtigkeit und dann wird die Richtigkeit